Ah, Löchen, ihr war Nausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Rimm-World. So, da sind wir wieder. Wir spielen weiter. Und ja, unsere Dings ist voll, unser Lager. Mit Marmor. Ähm, ja. Dauert ein bisschen. Unser Marmor, unser Blöckellager ist fertig. Unser Brockenlager. Sind ja nimmer als Blöcke. Aber, was willst du machen? Ist voll? Ist halt so. Und es wird Zeit, dass wir hier langsam echt mal essen kriegen. Kartoffeln sind 49% teilweise. Wir müssen echt mal langsam was zu essen haben. Achtung, Eier legen tut die Stücke, okay. Kannst du mal sehen. Drittes Trimester. Das heißt, das dauert auch nicht mehr lange. Strommäßig sollte es eigentlich jetzt wieder sich auffüllen, die Batterien. Ich hoffe. Kann auch sein, dass ich jetzt nochmal eine neue Batterie bauen muss. Theoretisch, aber wir haben nur noch sechs Stahl. Das heißt, wir haben zu wenig Stahl. Eigentlich will ich erstmal warten, bis der Tier fertig ist. Tatsächlich. Und wir haben jetzt viele Tiere, muss ich sagen. Zwei Schweine oder eine Saudenschwein. Zwei Alpakas, eine Schildkröte und ein Husky. Deswegen eigentlich alles gut. Rettung ist auch voll. Sehr gut. Rettung haben wir auch. Komplett. Und der bringt eigentlich mal da Leder weg, was da oben lag. Wird nochmal Zeit. Das ist ein Eichhörnchenpelz. Und hier Schleder. Aber wie gesagt, wäre auf jeden Fall mal cool, wenn wir mal irgendwann mal wieder ein Händler hier vorbeikommen würde. Der am besten nur einen Kolonist zu verticken hat. Das wäre geil. Da hätte ich Bock drauf. Taschenmesser. Nein. Hör mal auf. Was braucht der? 10 Materialien. Materialien mit geringem Volumen wie Gold bin ich 20 mal so viel. Aha. Ja, der Planstahl, Stahl, Uran. Nö. Ihr müsst auf jeden Fall mal hier langsam. Ah, Silber. So viel Silber mal? Krass. Ach ja, 820. Wir haben ja mehr Geld gemacht als ausgegeben. Was gut ist. Können wir eigentlich einen Futtertruck bauen? Ich glaube ja, ne? Einen Trichter können wir bauen. Hm. Gibt es sowas nicht? Schlafplatz, Tier, Bett, Schlafkiste. Regale. Regale. Was, ein Waschbär ist zurückgeworden. Was ist los mit euch? Er kommt da. Er kommt da. sehr gut man ist natürlich verletzt aber gut nicht ganz so schlimm so gewinnen baut mal wieder weiter sehr gut dass der waschbäer auch gekillt so dublas holt den schon alarm feuer da unten am feld schnell rettet das feld tritt es aus dann soll ich sie dahin kotzen oder so sehr gut hat darum auch nein die batterien freunde wir sind tot semi ach so wie eine leiche oben kommt freunde also der behandelt gerade den husky cool sehr gut genau sehr schön da dort ist noch ein bisschen bis das ding fertig ist weil boden ist auch noch gelegt werden boden dauert alles eine zeit was man schon boden nicht nehmen tatsächlich silber bestimmt nicht mit teils schon noch nicht gold auch nicht ein sandstein granit kalksteine nehmen haben sie mal gucken ich müsste eigentlich noch ein stein mit sich haben würde es einfach zu wenig da weiß ich steil ich habe zu wenig stahl was hat hier kommen wir mit der stahl das hört sich doch gut an ein bisschen ab da ich brauche stahl alles am penden noch schneller kauf medizin von händlern ja gerne aber man wir brauchen essen wir brauchen essen leider es wird zeit wir brauchen essen da kommt stahl zum vorschein sehr gut das heißt wir können gleich noch ein stein mit schicht tisch bauen müssen wir auch bandagiert sehr gut oh sechs von sieben transport sehr gut das heißt nämlich auch ich kann dann gleich mal eben noch ein stein mit schicht hin bauen was ich auch tun werde ungünstige tempel auch eine heizung einbauen lüftung schacht so hat sich vollständig erholt sehr gut sehr schön sehr schön mal zeiten gemacht habe ich weiß nicht warum die nicht gemacht werden werden jetzt schon wieder toll sonnenfinsternis toll super gut du kannst schon mal kalkstein blöcke eigentlich herstellen wie viel kalkstein haben wir denn haben wir auf jeden fall ein bisschen für 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 die den boden natürlich dafür ist es aber davon ob die wände die dauern auch neu ich sage gerade mal etwas über die hälfte fertig was drei stück willst du mich verarschen gott äh drauf geschissen freunde kommt mal her du hast du hast noch nichts du nimmst mal das ding was haben die denn alle knüppel der hat ein sniper gewehr oder was auch immer präzisionsgewehr und der hat eine utzi da muss ich fast mit dem ding versuchen zu treffen wessen hier irgendwo einstellen du bitte auch hier hin so hier so dann schauen wir mal ob wir die kaputt kriegen ich weiß es nicht wie viele viecher hier boomerloop auch hier ausreichbar da ist er dran außerreichbar Ah, brennst du? Warum kannst du nicht damit schießen? Du kannst viel weiter schießen. Sag das doch. Okay, ungünstig, ungünstig, komm mal weg. Boah. Huh, und da jetzt? Der brennt. Hey, komm mal weg da. Mein Gott. Bewusstlos, toll. Zau, wette den mal. Und jetzt? Wohle hin. Hat der den weggenommen? Ey, was ist denn los hier? Oh, nee, ey. Hat der den jetzt entführt? Soll ich sie nicht zu fassen, ey? Soll ich sie nicht zu fassen, ey? Äh, ey. Toll. Läuft. Ah, da kommen Händler. Immerhin. Wäre es denn gut mit, ähm. Nicht schalten, aufsehen. Reiser. Das ist der einzige, glaube ich, die sozial irgendwas hat. Ja, vier. Immerhin. Da kommen Händler. Vielleicht haben die irgendwas zu verticken, was wir brauchen können. Irgendwelche, vielleicht Kolonisten oder so. Kolonisten wären geil. Immer handeln, bitte. Scheißegal, dass du einen gestörten Schlaf hattest. Hör auf zu eulen. Warum denn nicht? Ja, super. Bring mir alles gar nichts. Nichts. Nicht mal ansatzweise. Boah. Stahl-Table. Ja, super. Soll ich mit dem Stahl-Table. Händler exotischer Güter. Ja. Toll. Ich könnte Eichhörnchen haben. Super. Bring mir gar nichts. Ich könnte die Klamotten haben hier. 58. Immerhin. Danke. Aber sonst. Bring mir nix. Alles. Haben die den Douglas entführt, ey. Was ist denn los mit euch? Boah. Ja. Na die, glaub ich, ne? Der Wahnsinn. Engineer. Ja, wäre cool, wenn hier einer bleiben würde, ey. Das wird aber nicht passieren. Leider. Boah. Da wird nur einer entführt. Ey. Der ist doch... Was haben die mit dem Spiel... Warum haben die denn so... Ja, war der jetzt schwer gemacht. Aber... Anstrengend gemacht. Sagen wir es mal so. Was hier so für neue Möglichkeiten gibt. Der hat in einem Jahr wenigstens gekillt, ne? Aber dann war es das. Schlitzerfaktion, ja. Tiefgekühlt. Jo. Hol'n'n Zau hin. Raumschiffsstück, ok. Du nein, nicht zähmen. Nein, hör auf damit. Du brauchst die nicht zähmen. Zau hat fast einen Zusammenbruch wieder. Ja, auf damit. Zähmen braucht ihr nicht. Lieber die Sachen zurückbringen. Viel einfacher. Wenig Medizin, wenig Nahrung. Alles wenig. Hab ich jetzt überhaupt noch einen Koch? Ja, Raisa. Gott, ey. Ja, Strom ist immer nur Sonnen. Ist immer nur Sonnenfinsternis natürlich. Leichter Schneefall ist Winter. Natürlich ist Winter. Was sonst? Oje. Kalkstein. Sehr gut. Kalkstein ist auch gut. Kann sein, dass jetzt das ganze Essen platt geht. Mal schauen. Warte, in der Zeit von Teufel. Was natürlich ist es nicht so geil wäre. Ja, dann zieht weiter. ach man was mit dir geht transport fertig sehr gut die sonnenfütze ist vorbei ein glück sind das ja dann muss die gewinngleich jagen gehen ich brauche essen ich habe nur noch trockenfutter oder bären sammeln bären sammeln dann war es das wieder die macht schön kalt stein blöcke das ist gut was jetzt ja was ist mit dem zusammenbruch fressattacke jetzt die futtert jetzt alles weg das glaube ich jetzt nicht läuft würde ich sagen was ist mit ihm noch so ein reh droht es wäre cool wenn du das reh holst es wäre so vielversorgung hat sich schon erledigt sehr gut und ich würde wieder sagen wenn euch die folge gefallen hat lasst ein like da lasst ein abo da lasst ein kommentar da ansonsten einen schönen tag einen schönen abend wie auch immer bis zum nächsten mal zu einer runde rin world und tschüssingen 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 Vielen Dank.